Ich kann jedem nur raten, macht einen Job, wo ihr mit vielen jungen Leuten zusammen seid. Dann bleibt ihr auch jung. Genau wie ich. Studenten, geben wir die lustigsten Antworten in der mündlichen Prüfung. Das ist eine deutsche Induktivität. Das ist eine amerikanische Spule. Hier, das ist das Internationalzeichen für kalte Lötstellen. Direkt am Package-Strang. Sorts 1, 2, 3, 4. Das ist ein Und-Oder-Vielleicht-Wir-Wollen-Mal-Sehen-Nicht-Gatter. Hier die Funkenstrecke. Hä? Eine Quelle des Ausdrucks. Optionaler PNP oder NPN. Mega-Junction-Super-Transistor. Das muss man dann später aufkleben. Das ist dann am Anfang von der Platine noch so mit einem Strip gesichert. Da packen wir einfach Tesagrepp auf die Platine drauf, dann passt das. Das ist der Widerstand auf internationaler Schreibweisenseite. Braun, Blau, Orange. Ich hätte jetzt einfach die Zahlen schreiben können, aber hat keinen Platz mehr. Hier der Mittelfingerabgriff. Immer schön geerdet. Man kann nie genug erden. Ein Timer hat das Ganze auch. Und über den Timer und die kalte Lötstelle und die Mittelabhänger kommt jetzt eine Solar-Block. Ganz klar. Das ist falsch. Eine 10er-Diode muss drin sein. Parallel zum Pull-Down. Das wird so gut. Ganz unten läuft der Strom in die Arena rein, bevor er dann sein Signal an die Status-LED weitergibt. Status-LED. So, wo habe ich denn noch Platz? Das sieht jetzt alles nach Kleinsignal-Kram aus, aber wir sind ja hier in der Leistungselektronik. 500 Volt gegen Ground und hier der Blitz passt. Hier ist noch Platz für die Sicherung. Das ist die Sicherung mit dem sogenannten Magic Smoke. Sobald aus deiner Platine dieser zauberhafte Rauch aufsteigt, funktioniert nichts mehr. Setze einfach eine neue Sicherung rein mit Backup-Smoke. Dann sollte das Ding wieder funktionieren. Ja, an der Fragen? Junge, du solltest mir einen simplen Backkonverter, also zu deutsch einen Tiefset-Steller, aufzeichnen. In meiner Prüfung gibt es nichts Einfacheres. Ach, Backkonverter. Ich habe verstanden. Backkonverter. Backkonverter, habe ich doch gesagt. Da hätten Sie sich jetzt klarer ausdrücken müssen. Tiefset-Steller. Abwärtswandler? 1A-Buggy-Backkonverter voller Bugs. Pff, da fliegt mir fast die Perücke weg. Ja, auch ich habe schon einige Prüfungen mitgemacht. Schriftlich, mündlich, als Prüfling oder Beisitzer. Und wir machen das Ganze jetzt pädagogisch sinnvoll. Heißen? Simples Kopieren und Abzeichnen des erstellten Übersichts-Spickzettels ist verboten, weil das bringt dir gar nichts. Wir zeichnen das jetzt gemeinsam auf und ich erkläre zwischendurch immer mal wieder, worauf es ankommt. Und setze das auch in Beziehung zu den bereits Gelernten. Denn, Wiederholung, was bedeutet Lernen? Wissen generiert sich erst in meinem Kopf, wenn ich das, was ich lese, auch in Beziehung setzen kann zu dem, was ich schon weiß. Und das in mein Wissensnetz einbaue. Bildung ergibt sich erst dann, wenn ich die Wissenselemente, die ich wahrnehme und erlebe, mit meinem eigenen Wertesystem in Beziehung setze und dann auch beurteile. Speziell in mündlichen Prüfungen muss ja irgendwas aufzeichnen. Formeln auswendig lernen bei den meisten Prüfern eher nicht. Aber so generelle Kenntnis von Abhängigkeiten, von Größenordnungen und sowas sollte schon drin sein, wenn man daran was sehen kann oder zeigen oder erklären kann. Nicht auswendig lernen, sondern selber herleiten und anwendungsnah verstehen und in Kontext setzen. Wäre mein bester Tipp für jede Prüfung. Sonst geht's hier rein und da wieder raus. Und wie bei allem gilt, ich bin auch nur ein Mensch und kein Guru. Also wenn ich hier was Falsches erzähle, dann teilt mir das mit. Weil nur so kann ich mich dann auch verbessern. Und was ist denn das jetzt? Das erkennt man doch. Das ist ein sogenannter Synchron- und Tiefsetsteller, also ein Bug-Converter. Hier der Zwischenkreiskondensator, das LC-Ausgangsfilter. Das sind Kohlmos und das hier sind intelligent verschaltete externe Silizium-Kabit-Freilauf-Dioden, Schottky-Dioden wohl gemerkt. Mit Umkommodierungsspulen zur Deeskalation der riesengroßen Reverse-Kamere-Effekte. Treiberschaltungen habe ich jetzt vereinfacht, aber Highside ist mit Bootstrap betrieben, falls das wichtig ist. Ich glaube es jetzt nicht. Ich glaube es jetzt echt nicht. Ja, mit dem Ding fühle ich mich einfach sicherer und flexibler. Kann ich alle möglichen Quadranten anfahren, als wenn ich einfach nur einen Top-Schalter und eine Bottom-Diode hätte. Ganz schön pfiffig. Der Co, der Co. Ja, also sie haben bestanden. Hier können sie auch Note eintragen. Tschüss. Ich setze mich zur Ruhe. Also für mich ist das Stichwort Anwendungsnah ein sehr wichtiger Punkt, weil wenn ich keine Vorstellung davon habe, wofür brauche ich das alles, dann fehlt mir ein entscheidender Motivationspunkt für das Lernen. Dann ist es einfach nur so eine Prüfung, die man halt machen muss, um das Studium zu schaffen. Das kann schon Motivation genug sein, aber ich sage, das fällt auf. Wenn du da Leute sitzen hast, die so ein bisschen halbherzig auswendig gelernt haben, das fällt auf. Und auswendig lernen, das machen nicht klischee-mäßig irgendwelche speziellen Typen. Das ist übergreifend, unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Religion, Aussehen. Da gibt es immer so ein paar Experten. Und du musst ja nicht wirklich Experte sein. Es sei denn, du hast vor, dich eventuell später mal wirklich in dieses spezielle Thema zu spitalisieren. Aber generell reicht es schon, wenn man ein bisschen Motivation und Begeisterung mitbringt und vor allem nicht so mit Minderwertigkeitskomplexen da so sitzen, wie ich es gerne früher mal gemacht habe. Hoffentlich ist das richtig. Ich bin so unsicher. Sieht das schön aus, Janne. Auch nicht vor Selbstbewusstsein strotzen. Ja, wer kann, der kann. Sondern ganz ruhig, gelassen, da sitzen und sein Ding durchziehen und seinem Estes geben. Das wird schon. Dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Aber viel ist einfach zu dämlich. Und jetzt versetzt euch mal in die Lage des Prüfers, wenn er euch jetzt bewerten soll. Schätzelein, weißt du Bescheid. Wir sehen uns nochmal nächstes Jahr. Vielleicht. Bestanden. Was wollen sie für eine Note? Der muss das ja alles irgendwie gleichberechtigt machen. Und dann hängt es natürlich auch davon ab, wie viele der schon gesehen hat, um das in den Kontext richtig einzuordnen. Natürlich aus vorherigen Semestern, aber auch aktuell hängt es dann davon ab, der wievielte du jetzt an dem Tag bist. Aber so ganz fair ist es auch nicht, dich mit anderen zu vergleichen, weil es gibt ja immer irgendwie einen Durchschnitt. Aber dieser Durchschnitt kann ja generell auch sehr gut sein oder sehr schlecht. Es sollte auch möglich sein, alle sehr gut bewerten zu dürfen oder alle sehr schlecht. Immer diese modernen Studentenheunstage. Ich brauche da Semester, bis ich mich wieder an die angepasst habe. Wird immer schlimmer. Geht der Strich bis hier oder bis da? Ist das ein Strich oder was ist das? Hat da eine Fliege was ihm gemacht? Danke, dass Sie auch an meine Belustigung denken. Ich habe ja heute schon ein Trauerspiel erlebt. Wie war ich? War ich gut? Ich kann das ohne Brille gar nicht richtig sehen. Oh no no. Ach, ist halt doch gar nicht so schlecht. Was nehme ich für Sie dran? Drei-Phasen-Transformator, Asynchronmaschine. Machen Sie mir mal den Back-Converter. Ja, Kunst war nie so einfach. Na, Sie wissen schon, Wanderwellen, Pointing-Vektor, Maxwell-Gleichung. Alles hypertheoretisch hochsensibel und auch noch überbewertet. Braucht kein Schwein. Wanderwellen wiederum sind ziemlich schnelle Vorgänge. Und werden durch die elektrischen und magnetischen Verknüpfung der orthogonalen, virtuellen, komplexen, pointligen, sektoren nicht wahr. Aber ich habe auch schon Folgendes erlebt. Stell dir vor, du sitzt da und der Prüfer sagt Folgendes zu dir. Sie befinden sich in Sättigung. Hä? Was? Also, Ihr Bauteil ist am Leiden. Hä? Der Schalter ist an. So. Wie viel Spannung fällt dann über dem Bauteil ab? Äh, ja, also ganz im Groben. So vielmals Daumen, einige hundert Volt. Entschuldigung, freudscher Versprecher. Ich meine natürlich, hier einige Volt. Ja, also idealerweise kleine Einwolls, sonst hätten Sie ja riesen Leitverluste. Okay. Jetzt aber. Sie befinden sich im Sperrbetrieb. Hä? Das Bauteil sperrt. Ihr Leistungselektronischer Schalter ist aus. Ja, okay. Reicht du gerade? Wie viel Strom fließt dann durch das Bauteil? Ah ja, so einige Millie. Ich meine, nö. Möglichst wenig, denn Sperrverluste sind in der Leistungselektronik vernachlässigbar. Naja, lassen wir mal gelten. So, und was kriege ich jetzt? Ich habe mir noch Mühe gegeben. Wie würden Sie sich selbst denn jetzt so einschätzen? Ja, da kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen. Also müssen wir schon das geben, was ich verdiene. Haben Sie sich eigentlich schon überlegt, in was für eine Richtung Sie dann später gehen wollen? Ich kann auch gerne nochmal wiederkommen. Okay, ich gebe Ihnen eine 4-0, wenn Sie mir versprechen, dass Sie nie wieder herkommen und rüber zu einem anderen Institut machen, okay? Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ja, wir sehen uns. In alter Frische. Okay, ich gebe Ihnen eine 4-0 und wir sehen uns nie, nie, nie wieder. Wissen Sie was? Ich mag Sie. Nee, das darf ich nicht sagen, aber ich schätze Sie besser ein, als das, was Sie gerade abgeliefert haben. Ich weiß, Sie dürfen laut unserer Prüfungsordnung nicht wiederholen und nicht verbessern, machen wir es so. Ich gebe Ihnen jetzt eine 5-0, Sie kommen nächstes Semester wieder und dann machen wir das nochmal und dann will ich aber eine 1 vor dem Komma sehen. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, der Prüfling vor Ihnen, der hat es für Sie jetzt rausgeholt. Aber wir denen, die jetzt noch kommen. Dies hier wird genau wie der Titel Clickbait-artig induziert, ein Lehrfilmchen für Studenten, die vorhaben, eine der folgenden Prüfungen zu absolvieren. Also empfohlen für folgende Fächer, aber auch universell anwendbar. Leistungselektronische Bauelemente, Entwurf und Berechnung leistungselektronischer Systeme, Schaltungstechnik wird auch noch ein bisschen passen, elektronische Materialien und Bauelemente auch, dann natürlich Leistungselektronik allgemein, Power Electronics, Power Semiconductor Devices oder Halbleitertechnik. Falls dich sowas interessiert oder weiterbringt, dann kannst du ja auch für den Theorie-Teil dranbleiben. Wir zeichnen jetzt gemeinsam Topologien, Kennlinien und Temperaturverhalten der beliebtesten leistungselektronischen Bauelemente und für die 1 Plus noch ein paar physikalische Hintergründe.